Heiho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nearest Edge Catalyst Beta. Beim letzten Mal haben wir uns in ein paar kleinere Missionen gekümmert und haben eine interessante Cutscene gesehen über Faye's Vergangenheit als Kind. Und jetzt kümmern wir uns um etwas, das wir gerne haben wollen. Mein Sensor-Ship, genau. Ey, ich glaube ich nicht mehr an das Vorlesen, das ist irgendwie so wild. Gut geraten. Reichter benutzen. Lass mich raten. Lass mich raten, ich kann in den Kabeln hier nicht hochklettern. Okay. Oh, das ist noch ein Rucksacker, Kungo. Ach ja, klare Maustaste. Bin immer noch bei Kuh. Kann ich so viel Walljumpen? Ja, ich kann den machen. Haha! Da oben. Woher will ich hinkommen? Ich könnte es versuchen damit. Oh, da, ich sterbe. Ich könnte es versuchen damit. Ja. Ich glaube, die Lösung ist einfacher als ich glaube. Kann ich vielleicht hier rand an den Bett reden und springen? Ja, kann ich gut. Ich denke, es ist ziemlich ein Rucksack. Da hat sie recht. Aber das habe ich jetzt alles so für den Bottle gemacht, oder? Ne, 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 warte. Moment, Moment, Moment. Warte, hier nach. Nein! Okay. Haha! Waaah! Moment! Moment! Gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es andere Möglichkeiten? Oh, das ist so cool. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und hepp! Das ist so notwendig. Kuss. Das ist ein schönes Bett. Oh, das ist mein Monitor. Oh, das ist mein Monitor. Komm ich hier durch? Komm ich! Was ist das? Achso. Ich kann nochmal auf den Knopf drücken, aber ich glaube, ich muss es wieder so machen, wie ich hingekommen bin. Und auch nicht! Ich finde das besser, diesen Aufklatsch-Sound von vorher. Oh, das machst du? Ich bin raus. Ich habe die Gäste. Ich wusste, du kannst es tun. Komm später und wir sehen uns, was du hast. Ich glaube, er hat seine Freunde gebeten. Es ist besser aus der Sicht für ein paar Tage. Man kann irgendwie nicht kontern, oder? Man kann nur ausweichen. Im alten Mirror Sedge, da gab es die Möglichkeit, noch nichts zu kontern. Jetzt irgendwie nicht mehr. So kümmert man sich auch um die. Wohoo, Upgrade-Punkte! Boah. Immer schön investieren. Ich kann nicht mehr ein Move-Punk reinbringen, okay. Aber komm, bitte. Jo, das wird, glaube ich, besser sehen. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, finde ich... Das Scham-System ist cool. Aber ich wünsche mir die Konter wieder. Kontert war krank. Das hat es eigentlich ganz cool gemacht. Das war genau so wie dieser Flow, von dem sie die ganze Zeit reden. Man rennt einfach durch und kontert einen nach den anderen. Das war ein sehr verfriedigendes Gefühl. Und jetzt? Äh, was ist das, was ich machen wollte? Ich habe noch ein Progress-Paint. Okay. Ähm. Moment. Ich weiß, wie könnte man... Ne. So. Äh. Hm, hm. Hm. Na ja, kommt vielleicht auch mal wieder. Oh, doch nicht. Hey, noch so ein Tech-Este... Gesprät. Hinschuhn-Fade. Immer so hilfsbereit, die Gute. Es ist ein Gebäude mit dem großen Kruger-Arms-Sign-On-Topp. Auf den hohen Flüssen. Bist du bei einem Typen, die hier immer rumstehen? Das macht mich ja... Das ist irgendwie komisch. Oh, oh, was war das? Ach, ach, der ist wichtig. Ne. Wir müssen da hinten hin. Du bist nicht wichtig. Ah, das war diese Aufblende hier. Ich hatte gerade... Okay, ja, ja, schon mal. Ich sehe, wo das hinführt. Dann kämen wir auf die ganze Stadt. Und ja. Dann. Dann kämen wir die Stadt auswendig, wissen wo lang. Das... Können unsere Routen verbessern. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir sind nahe, die Kugel-Arms-Bildung ist gerade vor. Die stalkt mich. Ohne... Nein, nein, doch. Nein, nein, du bist die mit dem blauen Lippenstift wieder. Was sollen diese random Typen hier? Ich glaube, das ist so eine Zeitmission, die man dann anleben kann, wenn man nicht ganz schön was anderes am Laufen hat. Aber erstmal... Chips rausreißen. Geil. Oh, Kelligan. Im ersten Teil noch. Bom, 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 bom. Nope. Ach doch. Wenn man so auf die roten Türen... ...fixiert ist. Wirklich. Ja, ich mache mehr Schaden. Schlecht ist das nicht, aber... ...hahaha. Ist das auch wieder Werbung? Nein. Schade. Ich würde das einfach nur stand Touch. Das heißt, der... ...fascht, du weißt genau, wo ich hin will. Ich sehe es. ... ... ... ... ... ... Oh, scheiße, ich schaust nicht. Komm schon, komm schon. Oh, ja, stutz einfach ab. Das ist der Beste. Einfach abstutzen. Ich stehe mit der Straße abstutzen. Ja, ja, ja. What the fuck? Der Tum wird wieder geplaziert. Hm, mehr Tod und Verderben. Yay. So, nun wehren wir uns mal hier hin. Das war eigentlich eine recht interessante Mission. Also eine Art Verfolgungsjagd. Auch wenn das Ende recht geskriptet ist. Na gut, ich glaube... Ja, okay. Es gibt vielleicht noch andere Arten von Erfolgsmissionen. So, keine Ahnung. Jemand hat Info gestohlen und verfolgst sie und versuchst ihn rechtzeitig einzuholen, bevor er irgendwie entkommt. Und nicht, du reizt ihn so lange hinterher und versuchst dabei dran zu bleiben. Bis dann der Punkt kommt, an dem das Skript ausgelöst wird. Ah, mal schauen, was da noch kommt. Nein, das soll ich lassen. Das funktioniert so nicht. Wow, wie ist denn der Arten? Achso. Das sah gerade tatsächlich imposanter aus. Ach, mal wieder ein Auftritt. Wer hier für Varianz sorgen. Ach, jetzt kann man es aber nicht mal von unten öffnen. Voll schade. So, das ist ja getan. Dann würde ich sagen, das war es mit dieser Folge von Mirror's Edge Catalyst. Aber man sieht sich da bei der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann bitte auch ein Abo und man sieht sich bei der nächsten Folge. Ciao.